Sind sie es leid, Medikamente zur Behandlung ihrer Gelenkschmerzen einzunehmen? Ärzte sind häufig mit Muskel- oder Gelenkschmerzen konfrontiert. In vielen Fällen sind diese leicht bis mittelschwer und können zu Hause mit geringer Sorgfalt behandelt werden. Diese Beschwerden erschweren jedoch die täglichen Aufgaben und mindern unsere Lebensqualität. Wussten Sie, dass es eine einfache, erschwingliche Lösung gibt, die näher ist, als Sie denken? Ich verrate Ihnen heute, welches Geheimnis uns dabei helfen kann, unser Leben ohne Stress und Schmerzen zu leben. Sieben kraftvolle Pflanzen für Ihre Gelenke. Die Zahl 5 wird Sie überraschen. Meine Freunde, das Beste an heute ist ein zusätzliches Geschenk. Als Bonus teile ich mit Ihnen eine Liste mit gesunden Gewohnheiten, die Ihnen helfen, besser auf sich selbst zu achten. Verabschieden Sie sich von den Pillen und diesen schmerzhaften Stürmen. Mit der Zeit können an verschiedenen Körperstellen Gelenkschmerzen auftreten. Diese werden oft von Schwellungen oder Bewegungsmangel begleitet. Unsere Gelenke sind wie unsichtbare Scharniere in unserem Körper. Stellen Sie sich eine Tür vor, die sich leicht öffnen und schließen lässt. Das sind die Gelenke, die unsere Knochen verbinden und uns eine reibungslose Bewegung ermöglichen. Ohne sie wäre der Körper steif wie eine Maschine, die nicht funktioniert. Es gibt eine natürliche Lösung, um Gelenkschmerzen zu lindern, und zwar durch die Verwendung von Kräutern mit starker Wirkung. Sie wissen, dass die Nummer 5 als die Beste gilt. Beginnen Sie mit Ingwer oder Kion. Er ist mehr als nur ein einfaches Gewürz. Es handelt sich um eine Pflanze, die Schmerzen in den Gelenken und Muskeln lindert. Dies ist besonders vorteilhaft für Menschen mit Osteoporose und rheumatischen Erkrankungen. Die Inder verwenden Ingwer seit Jahrhunderten, um Schmerzen und Schwellungen zu lindern. Jüngste Studien haben gezeigt, dass proteolytische Enzyme, die Proteine verdünnen, starke entzündungshemmende Eigenschaften haben. Der starke Geschmack und die Eigenschaften von Ingwer sind auf diese Verbindungen zurückzuführen. Ingwer hat einen einzigartigen Geschmack, der leicht süß, würzig und erfrischend zugleich ist. Er kann in vielen verschiedenen Gerichten verwendet werden. Ingwer kann frisch, als Pulver oder als Aufguss verzehrt werden. Er verleiht jedem Gericht eine besondere Note. Ingwer kann zur Behandlung von Arthritis verwendet werden, indem man ein oder zwei Tassen eines Aufgusses trinkt. Dazu muss eine halbe Ingwerwurzel geschält und in kleine Stücke geschnitten werden. Den Ingwer in zwei Tassen Wasser geben und zum Kochen bringen. Fünf Minuten kochen lassen und dann weitere fünf Minuten ruhen lassen. Vor dem Trinken muss der Aufguss abgeseit werden. Sie sollten ihn lieber ohne Süßungsmittel trinken. Sie können ein bis zwei Tassen Tee pro Tag trinken. Ingwer ist ein hervorragendes Hausmittel, aber bei manchen Menschen kann ein zu häufiger Verzehr von Ingwer schädlich sein. Der Verzehr von Ingwer wird nicht empfohlen für Personen, die Antikoagulantien oder Medikamente gegen Bluthochdruck einnehmen. Ingwer kann das Blutungsrisiko erhöhen. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, sollten Sie vor dem Verzehr von Ingwer einen Arzt konsultieren. Wir beginnen mit dem zweiten Kraut, Rosmarin. Es ist nicht nur ein beliebtes Küchenkraut, sondern hat auch viele medizinische Vorteile, darunter die Linderung von Gelenkschmerzen. Seine antioxidativen Eigenschaften reduzieren Knorpelschäden bei Arthrose-Patienten. Diese Pflanze enthält ein ätherisches Öl, das Borneol und Pienen sowie Kampfer, Phenol, Cineol und Rosmarinsäure enthält. Diese Substanzen wirken zusammen, um die heilenden Eigenschaften von Rosmarin zu fördern. Rosmarinöl ist außerdem reich an Flavonoiden und Triterpinalkoholen. Diese Verbindungen sind aufgrund ihrer entzündungshemmenden Wirkung für die Medizin unverzichtbar. Rosmarinöl kann Entzündungen und Schmerzen bei Menschen lindern, die an Rheumatoider Arthritis und Arthrose leiden. Dieses Präparat ist wirksam, wenn Sie Ihre Gelenke damit massieren. Dieses aromatische Kraut wird auch verwendet, um den Geschmack von Fleisch, Soßen, Cremes und Suppen zu verbessern. Es kann auch als ätherisches Öl verwendet werden, das auf schmerzende Gelenke aufgetragen werden kann. Geben Sie einige Tropfen ätherisches Rosmarinöl auf die betroffene Stelle, indem Sie es mit einem Trägeröl wie Mandel- oder Kokosöl mischen. Eine Massage kann Schmerzen lindern und die Beweglichkeit verbessern. Am besten verdünnen Sie das Öl vor der Anwendung mit Wasser, da eine zu hohe Konzentration zu Reizungen, Dermatitis oder Rötungen führen kann. Vermeiden Sie die Verwendung von Rosmarinöl, wenn Sie schwanger sind, an Bluthochdruck oder Verdauungsproblemen leiden oder stillen. Obwohl Rosmarinöl viele gesundheitliche Vorteile hat, sollte es nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden. Es kann mit bestimmten Medikamenten negativ interagieren. Kommen wir nun zur dritten Pflanze, Boswellia. Diese Heilpflanze wird bei Anhängern der Naturheilkunde immer beliebter. Boswellia ist auch als indischer Weihrauch bekannt und wird seit Jahrtausenden in der traditionellen Medizin in Regionen wie Indien, Nordafrika und dem Nahen Osten verwendet. Boswellia wird seit Jahrhunderten in der Kräutermedizin zur Behandlung von Arthritis und Gelenkschmerzen eingesetzt. Boswellia Säure, der Wirkstoff im Harz dieser Pflanze, ist ein entzündungshemmendes Mittel, das stark genug ist, um Entzündungen zu reduzieren und die Beweglichkeit der Gelenke bei chronischen oder isolierten entzündlichen Erkrankungen wie Arthrose zu verbessern. Zu den bemerkenswertesten Vorteilen gehört die Fähigkeit, die Intensität und Häufigkeit von Schmerzen zu reduzieren und Steifheit zu bekämpfen. Dies kann zu einer größeren Flexibilität und Mobilität bei täglichen Aktivitäten führen und die Lebensqualität verbessern. Laut einer aktuellen iranischen Studie, die in BMC Complementary Medicines and Therapies veröffentlicht wurde, lindert die Massage der von Arthrose betroffenen Knie mit einem öligen Boswellia-Extrakt die Schmerzen und verbessert die Beweglichkeit. Boswellia ist in flüssiger Form erhältlich. Zur Linderung von Gelenkschmerzen oder zur Behandlung von Verdauungsentzündungen kann der flüssige Extrakt als Tropfen eingenommen werden. Die Salbe kann ebenfalls verwendet werden, jedoch nicht mehr als fünfmal täglich. Nach der Einnahme des Harzes treten in der Regel keine Probleme auf, es können jedoch einige auftreten, darunter Übelkeit, Schwindel und Durchfall. Es ist wichtig, dieses Harz mit Vorsicht und in Maßen zu verwenden. Machen Sie sich bereit, alles über die Superkräfte unserer fünften Pflanze zu erfahren. Salix alba, auch bekannt als Silberweide oder Salix glauca, ist die Nummer 4. Diese Pflanze enthält Salizin, eine natürliche Substanz, die Aspirin ähnelt. Sie ist daher sehr nützlich bei der Behandlung von rheumatischen Erkrankungen, insbesondere bei rheumatoider Arthritis. Der Wirkstoff von Aspirin, Acetylsalicylsäure, wurde 1897 von Felix Hoffmann, einem jungen deutschen Wissenschaftler, synthetisiert. Die Weide enthält die natürliche Verbindung, die die Grundlage von Acetylsalicylsäure bildet. Salizin, auch bekannt als Salicylalkohol, ist der Hauptwirkstoff in der Rinde der Silberweide. Es hat viele medizinische Eigenschaften, darunter schmerzstillende und entzündungshemmende Wirkungen. Die Rinde und Blätter der Weide enthalten diese Verbindung. Die Silberweide wird normalerweise als Tee oder in Kapselform eingenommen. Aus der Rinde des Weidenbaums wird ein Aufguss hergestellt, der mit 25 Gramm Rinde pro Liter Wasser gekocht wird. 5 Minuten bei niedriger Hitze köcheln lassen, danach den Herd ausschalten und den Topf abdecken. Zum süßen Honig oder Agarwendig-Saft hinzufügen. Ein weiteres wichtiges Produkt ist der Extrakt der Silberweide. Er wird für die Hautpflege in Cremes und Shampoos verwendet und ist ein natürliches Konservierungsmittel für selbstgemachte Kosmetik. Die Silberweide ist im Allgemeinen eine sichere Pflanze, es gibt jedoch einige Kontraindikationen. Menschen mit Nierenerkrankungen oder Magendarmgeschwüren wird von der Silberweide abgeraten. Sie ist auch nicht für Personen geeignet, die allergisch auf Aspirin oder Salicylate reagieren. Die fünfte Pflanze wird Sie sicherlich überraschen. Möglicherweise haben Sie sie schon einmal verwendet. Kurkuma, auch bekannt als Kurkuma, ist das beste Kraut für die Gelenke. Kurkuma ist mehr als nur eine Zutat in der Küche. Es ist auch ein starker Verbündeter in der Medizin. Kurkuma reduziert nicht nur oxidativen Stress, sondern auch Entzündungen. Es verbessert die Durchblutung, indem es Entzündungen reduziert. Kurkuma verhindert die Bildung von Plax in den Arterien und reduziert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kurkuma erfreut sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit, da immer mehr Studien seine Vorteile bestätigen. Es gilt daher als natürliches entzündungshemmendes Mittel. Forscher haben nachgewiesen, dass 1 Gramm Kurkumin, das täglich über einen Zeitraum von 8 bis 12 Wochen eingenommen wird, die Symptome von Arthrose und anderen entzündungsbedingten Erkrankungen lindern kann. Diese Behandlung ähnelt der von Ibuprofen. Kurkuma ist reich an Kurkumin. Diese Verbindung hat starke entzündungshemmende Eigenschaften. Eine Reduzierung der Entzündung ist wichtig, da chronische Entzündungen die Blutgefäße und den Blutkreislauf beeinträchtigen können. Die Pflanze ist auch für ihre Fähigkeit bekannt, Knochenschmerzen zu lindern. Laut der Zeitschrift Modern Heart and Vascular ist Kurkuma ein indisches Gewürz, das weit verbreitet ist und starke entzündungshemmende Eigenschaften hat. Es hilft, Schäden oder Verhärtungen der Arterien und Venen zu verhindern. Kurkuma kann als Therapeutikum Gelenkschmerzen und Beschwerden lindern, die durch bestimmte Krankheiten wie Arthritis verursacht werden. Diese Krankheit ist durch eine Entzündung der Gelenke und Symptome wie Schmerzen, Deformierungen oder Bewegungsschwierigkeiten gekennzeichnet. Das in Kurkuma enthaltene Kurkumin hilft, die Wände der Blutgefäße zu erweitern und die Durchblutung zu verbessern, indem es die Stickstoffmonoxidproduktion erhöht. Kurkuma entspannt und erweitert die Blutgefäße, um eine bessere Durchblutung zu fördern. Kurkuma wird am häufigsten in Form von Pulver verwendet, das aus den Wurzeln gewonnen wird. Es wird oft zum Würzen von Speisen verwendet. Aus den Blättern von Kurkuma können einige Tees hergestellt werden. Geben Sie einen Teelöffel Kurkuma-Pulver in 155 ml der kochendes Wasser und lassen Sie es 10 bis 15 Minuten ziehen. Trinken Sie 2 bis 3 Tassen des Tees pro Tag zwischen den Mahlzeiten. Freunde, aufgepasst! Oral eingenommenes Kurkuma ist wirksamer als andere pflanzliche Heilmittel bei der Linderung von Gelenkschmerzen. Kurkuma wird nicht empfohlen für Personen, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen oder Gallenwegsblockaden aufgrund von Gallenblasensteinen haben. Die Nebenwirkungen von Kurkuma können auch durch übermäßigen Verzehr verursacht werden, was zu Magenreizungen und Schwindel führen kann. Die Nebenwirkungen von Kurkuma